Der Kunde ist König. Diesen Spruch kennst du sicherlich auch, oder? Da ist ein Fehler. Der Kunde ist kein König. Wenn der Kunde König wäre, wärst du als Verkäufer, Verkäuferin eher Kaiser. Willst du Kaiser sein? Ich denke mal nein. Also behandle deinen Kunden nicht als König, sondern als Partner. Indem du mit deinem Kunden individuelle, lösungsorientierte Probleme für ihn löst. Und somit hebest du diesen Spruch, der Kunde ist König, weg und von dir ab. Weil der Kunde ist König, ist Bullshit. Hör damit auf, dem Kunden alles recht zu machen. Sag lieber, lieber Kunde, wir lösen gemeinsam Ihre Herausforderungen. Und Sie sind mein Partner. Und wir bewegen uns auf Augenhöhe. Sie können mit mir reden, wie Sie mit Ihrer Frau reden. Sehen Sie mich als Partner im Business. So. Wenn du noch mehr wissen möchtest, dann folge mir. Mach das Herzrot das Plus weg und schreib es gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Dein Miguel.